Christian Hochstetter ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und heutiger Funktionär. Karriere Hochstetter kam über den Post SV Augsburg und FC Augsburg 1982 zu Borussia Mönchengladbach. Bis 1998 war der Mittelfeldspieler bei diesem Verein unter Vertrag. Er kam auf 339 Einsätze in der Fußball-Bundesliga und schoss dabei 55 Tore. Nachdem er 1992 mit der Borussia im Finale des DFB-Pokal 1992 an Hannover 96 scheiterte, stand er im DFB-Pokal 1995 in der Elfe der Borussia, die mit einem 3 zu 0 über den VfL Wolfsburg DFB-Pokalsieger wurde. 1987 absolvierte er zwei Alländerspiele für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Nach seiner aktiven Karriere wurde Hochstetter Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach. Diese Funktion übte er sechs Jahre aus, bevor er im April 2005 zurück trat. Im Januar 2007 wurde Hochstetter Sportdirektor bei Hannover 96 als Nachfolger von Manager Ilja Kempzig, dessen Vertrag Mitte November 2006 aufgelöst wurde. Hochstetter besaß einen Vertrag bis zum 30. Juni 2009, der jedoch bereits im Januar 2009 beendet wurde. Anschließend war er ein Dreivierteljahr lang als Spielerberater bei der Agentur Straß & Friends tätig. Nach einer Weiterbildung in den Bereichen Sportmanagement und Finanzdienstleistung arbeitete er dann in einer Düsseldorfer Agentur für Vermögensverwaltung und Unternehmensberatung sowie für eine Kölner Werbeagentur. Seit dem 8. Juni 2013 ist Hochstetter als Sportvorstand beim VfL Bochum tätig. Hochstetter ist ein Neffe von Helmut Haller.